Leute, dieser Moment, wenn man in die Dusche steigt und dann Wasser, aber keine Brille auf hat und plötzlich ist da so eine riesenfette Spinne, die war richtig, richtig fett am Duschvorhang. Wie ich mich erschrocken habe. Das war nicht mehr schön. Mein Herz, es rast immer noch, die war richtig fett. So dick und so richtig fette Beine und richtig breit, wie so eine Mini-Tarantel sah sie aus. Oh mein Gott. Ach, vielleicht nachher noch eine Story, beziehungsweise ich wollte ja live gehen, ich wollte duschen, ich habe mir die Haare noch gar nicht gewaschen, nichts, ich bin gerade eigentlich in die Dusche gestiegen. Lass Wasser laufen, wisst ihr, wie eklig das war und plötzlich sehe ich da so eine riesenfette schwarze Schatten und ich habe sofort gewusst, was es ist. Ich dusche bei meinen Eltern, ich bleibe hier keine Minute länger, wirklich, das ist so schlimm. Wisst ihr, warum ich jetzt aus dieser scheiß Wohnung ausziehen will? Das ist nicht normal und ich habe nicht so eine Unordnung, die kommen einfach irgendwo durch, diese Drecksviecher, das gibt es nicht. Also jetzt darf ich noch das Essen mitnehmen, was ich nicht geschafft habe. Ich habe ganz viel Flammkuchen nicht geschafft, also ich glaube die Hälfte habe ich geschafft und den Rest nicht. Und den kompletten Salat nehme ich mit zu meinen Eltern, weil ich bleibe hier nicht mehr. Also das ist, boah, schrecklich. Hey, ich bin jetzt bei meinen Eltern und mir ist so warm mit Adrenalinschub ins Negative, also 5000 wirklich, es ist richtig negativ und eklig gewesen. Ich kann es euch später live erzählen, ich gehe jetzt duschen, bis später, ciao. Leute, ich gehe jetzt schlafen, ich bin richtig müde, ich bin tatsächlich müde, ich gehe schlafen, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, bis morgen, ciao.